Heute werden wir uns wieder mal etwas von Whoop anschauen und zwar schauen wir uns heute die Blaulichtfilterbrille von Whoop an. Fangen wir aber von vorne an. Ich trage schon seit mehreren Jahren eine Blaulichtfilterbrille. Ich brauche jetzt leider seit Anfang des Jahres eine richtige Brille. Auch hier ist ein Blaulichtfilter drin, aber einer für den Tag. Man sieht, dass das hier sehr durchlässig ist. Das heißt der Blaulichtfilter ist relativ schwach, weil er ja auch den ganzen Tag an ist und generell ist ja Blaulicht auch erstmal nichts schlechtes. Also es hilft uns ja zum Beispiel dabei wach zu werden. Also in den Morgenstunden sollte ich zum Beispiel viel blaues Licht aufnehmen, weil ich dadurch wach werde. Darum ist es auch sinnvoll grundsätzlich zu sagen in so einer Blaulichtfilterbrille tagsüber weniger Blaulichtfilter zu filtern. Ich persönlich achte zum Beispiel auch darauf, die morgens, vor allem wenn ich einen Morgenspaziergang mache, erstmal nicht aufzusetzen, damit ich das volle blaue Licht abbekomme. Ich habe quasi diese Brille vorher schon gehabt, hatte die einfach mit normalem Glas und einfach mit Blaulicht drinne und habe die dann gerne mal ab nachmittags aufgesetzt. Und jetzt trage ich die halt den ganzen Tag. Es gibt aber auch Blaulichtfilterbrillen, die vor allem für den Abend gedacht sind. Und das sind eben diese Brillen, die hier auf jeden Fall nochmal deutlich roter sind. Also das ist eher so eine Mischung aus, ich würde sagen, pink, rot, orange. Hier auf der Website steht, dass es, wie wird das hier genannt? Ja, wobei es steht hier einfach nur auf der Whoop-Seite Abendgläser. Also die haben jetzt auch keinen speziellen Namen. Doch Amber Colored Lenses. Amber ist ja glaube ich Bernstein. Falls das falsch ist, schreibe ich da oben die Korrektur. Aber da sieht man auch schon, wenn ich die aufsetze, dann sehe ich so ein bisschen aus wie ein Waver. Und man sieht eindeutig, dass es eine andere Farbe ist. Und das ist auch, sagen wir mal, der Vorteil bei dieser Brille, bei der Blaulichtfilterbrille. Da sieht man das nur minimal, dass die Farbe sich ändert im Alltag. Aber diese Brille, die würde ich ja jetzt nicht den ganzen Tag aufsetzen, weil ich schon sehe, dass halt alles ja so ein bisschen pinken Touch hat. Na, pink ist falsch, aber so orange, pink, roten Touch hat. Dafür filtert diese Brille aber auch deutlich mehr Blaulicht. Und darum trägt man diese Brille vor allem in den Abendstunden. Hier auf der Whoop-Seite steht, dass sie bis zu 59% des Blaulichts filtert. Wann trägt man die vor allem? Gerade, wenn man vielleicht abends noch in einer sehr hellen Umgebung ist oder wenn man abends Fernseh schaut, noch am Computer sitzt, etc., dass der Körper einfach nicht dann noch hellwach ist, wenn man abends noch Fernseh guckt, dann das ganze Blaulicht kommt. Der Körper bekommt kein Signal für, ich sollte jetzt mal müde werden. Und dann kann man abends im Bett nicht schlafen. Und diese Brille kann dabei unterstützen, dass man dann besser schlafen kann. Jetzt gibt es mehrere Punkte. Erstmal gehen wir darauf ein, auf die Brille selber von Whoop. Also wie ist sie geschnitten, wie ist der Preis, etc. Die Brille hier kostet 79 Euro. Wenn man Whoop Pro hat, kostet sie 64 Euro. Und sie hat auch relativ gute Bewertungen. Also es ist hier 116 Bewertungen mit 4,4 Sternen. Wobei Whoop hier nicht unterscheidet, ob das die Blaulichtbrille für den Abend ist oder für tagsüber. Die haben auch eine für tagsüber, die bis zu 30 Prozent des Lichts, Blaulichts filtert. Die Brille gibt es nur in einer Größe und ohne Stärke. Und das ist für mich tatsächlich der größte Kritikpunkt, dass man hier keine Stärke auswählen kann. Weil ich brauche das zum Beispiel beim Fernsehschauen. Dann hilft mir das schon, dass das Bild ein bisschen klarer ist. Und also jetzt, wenn ich hier am Laptop bin, dann würde ich das alles noch erkennen. Oder wenn ich jetzt hier auf meinem Bildschirm gucke, erkenne ich das alles gut. Aber der Fernseher ist halt relativ weit weg. Und da ist halt jetzt meine Lösung, dass ich meine Brille aufsetze und dann darüber diese Brille aufsetze. Das funktioniert zum Fernsehschauen. Das sieht halt, also ich sehe halt ein bisschen wie ein Honk aus. Aber es funktioniert. Es ist in Ordnung. Und dann habe ich quasi auch den doppelten Blaulicht-Filter-Effekt. Aber cool finde ich das nicht. Und es ist jetzt auch nicht sonderlich bequem, weil die Brille dann halt hier vorne irgendwo auf dem Nasenbügel ist und halt nicht hinten. Kann man machen. Ist halt so eine semi-coole Lösung. Ich würde auch ehrlich gesagt diese Brille jetzt nicht tragen, wenn ich mit Freunden noch irgendwo sitze. Und ich würde sie auch nicht in der Öffentlichkeit tragen. Also das wäre mir jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm. Also ich weiß, es gibt manche Leute, die laufen auf der Straße mit so orangenen Brillen rum. Das ist, glaube ich, wenn sie irgendeine Störung haben. Da gab es ja auch mal einen Fußballer. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Aus Holland. Der hat auch immer solche Brillen getragen. Ich glaube auch beim Fußballspielen. Aber das war ja Pflicht. Dann ist ja okay. Und ich brauche das ja nicht. Dann würde ich damit jetzt auch nicht abends irgendwie durch die Stadt laufen oder so. Was mir auch auffällt ist, und das finde ich auch ein bisschen schade, also es gibt halt nur eine Größe. Und generell glaube ich jetzt nicht, dass ich irgendwie einen Kopf habe, der besonders groß oder besonders klein ist. Aber ich finde, dass diese Brille sehr, sehr locker bei mir sitzt. Also gerade dieser Bereich hier mit dem Nasenbügel, den finde ich irgendwie, weiß ich nicht, der passt einfach nicht gut. Und das ist auch kein Gummi oder so hier. Vielleicht könnte ich da nochmal ein Gummi drauf machen. Stimmt, das könnte ich mal probieren. Das kann man bei Amazon kaufen. So Gummipinöpel, weil so ist die Brille tatsächlich sehr stark am Rutschen. Wenn ich irgendwie Fernsehen gucke, dann merke ich immer, wie ich immer hier den hier mache. Und das ist nicht so cool. Also von daher muss ich ehrlich sagen, so für den Preis von fast 80 Euro. Also ich müsste nochmal nachgucken. Ich glaube, ich habe das in einer Aktion gekauft, da hat das ein bisschen weniger gekostet. Aber ich finde den Preis sehr hoch dafür, dass ich keine Möglichkeit habe, noch eine Stärke zu machen. Also klar, wenn ich mit Stärke kaufe, muss mir auch bewusst sein, dass ich dann irgendwie nochmal 50 Euro mehr oder so zahle. Aber ich habe nicht mal die Option und die Einheitsgröße passt mir halt leider nicht. Aber anscheinend, wenn ich hier sehe 4,5 Sterne oder 4,4 Sterne von 116 Bewertungen, dann scheint es bei den meisten ja doch zu passen. Und warum habe ich mir das gekauft? Also erstmal natürlich, weil ich ja ein Whoop-Fan bin und das einfach mal gucken wollte, wie die anderen Produkte sind, weil ich die Unterhosen tatsächlich auch ganz gut finde. Was hatte ich noch von Whoop? Ich hatte ja schon verschiedene Bänder, da bin ich mit zufrieden. Was hatte ich denn noch von Whoop gekauft? Mehrere Sachen. Also bisher ist die Qualität eigentlich immer super und ich fand bisher, war ich eigentlich auch mit allem immer soweit zufrieden. Und dann dachte ich, okay, gebe ich mal den Preis aus und kaufe mir diese Brille. Und tatsächlich muss ich auch gestehen, dass es mir ein bisschen schwer fällt herauszufinden, welche Blaulichtfilter denn jetzt gut sind. Denn wenn ich mal hier genau schaue, ich möchte ja auch keinen Müll erzählen, habe ich nochmal die Seiten aufgemacht. Bei Amazon gibt es zwei Marken oder mehrere, aber hier die eine heißt Horus X und die andere heißt Blue Morg. Und die haben auch viele Bewertungen. Also hier die eine hat 13.000 Bewertungen, 900, 300 und 600 und die haben alle 4 bis 4,5 Sterne. Also sind quasi genauso gut bewertet wie die von Whoop. Und die Brillen kosten hier aber zwischen 20 und 35 Euro. Und da gibt es verschiedene. Die filtern bis, also irgendwas zwischen 50 und 100 Prozent. Manche schreiben sogar mehr als 100 Prozent, wie das funktioniert. Don't ask me, aber es funktioniert anscheinend. Und die sagen halt, okay, wir können 100 Prozent des Blaulichts filtern. Und es gibt hier verschiedene Varianten und wenn ihr einfach mal bei Amazon Blaulichtfilter eingebt, Blaulichtfilter Brille, dann werdet ihr das sehen. Ich werde hier auch nochmal so ein Screenshot einblenden. Dann sieht eine davon wirklich sehr, sehr orange aus. Und andere sehen aber ein bisschen weniger orange aus. Sogar weniger als diese hier jetzt. Und ich sollte mal die Brille wieder abnehmen. Und da frage ich mich jetzt tatsächlich und ich kann es nicht beantworten. Und das ist für mich so eine Sache, warum ich dann am Ende zum Markenprodukt für 80 Euro greife. Weil ich nicht weiß, ob es besser oder schlechter ist. Und dann bin ich eher so ein Mensch, der dann ja so Sicherheitsfanatiker ist. Und sagt ja, lieber gleich die 80 Euro ausgeben. Anstatt am Ende was Billiges zu kaufen, was am Ende tatsächlich doch nicht so gut ist. Und da wäre es vielleicht auch cool, wenn Woop da einfach auch nochmal mehr aufklären würde. Und erklären würde, warum jetzt eigentlich deren Produkt das bessere Produkt ist. Und jetzt natürlich die Frage zum Effekt. Auch da hat Woop natürlich Zahlen. Und das ist natürlich cool, weil Woop natürlich die Daten seiner User analysiert. Und Woop schreibt hier, dass das im Schnitt die Schlafzeit um 3% verbessert. Den Recovery Score um 5%. Übrigens finde ich interessant, dass Woop hier die Verbesserung der Schlafzeit im Prozent ausgibt. Denn Woop sagt ja eigentlich immer nur, gibt ja immer nur an, um wie viel Prozent sich die Erholung, also der Recovery Score verbessert hat. Hier scheinen sie für interne Zwecke anscheinend auch andere Zahlen heranziehen zu können. Verbessert die HRV, also die Herzfrequenzvariabilität um 3,5%. Und verringert den Ruhepuls um 2,3%. Also mein Ruhepuls wird niedriger dadurch. Der einzige Wert, den ich jetzt natürlich habe, ist der Wert unter Insights, den mir Woop anzeigt. Also wie gut mein Recovery Score ist und um wie viel Prozent der beeinflusst wurde. Und hier haben wir wieder etwas Lustiges. Hier wird bei mir angezeigt, dass sich der Schlaf um 3% verschlechtert hat. Und ich glaube das nicht, dass das meinen Schlaf verschlechtert hat. Zum Beispiel habe ich auch das Problem, dass angeblich immer Fischöl meinen Recovery Score verschlechtert. Was ich auch irgendwie nicht glaube, aber anscheinend so ist, weil ich das jetzt schon über längeren Zeitraum nehme. Aber hier glaube ich, ich muss jetzt auch gestehen, ich habe die Brille seit, ich würde sagen seit mindestens zwei Monaten, wenn nicht sogar drei Monate. Müsste ich nochmal genau nachschauen. Wenn ich es gefunden habe, blende ich hier auch nochmal das Kaufdatum ein. Und ich habe sie jetzt nicht ultra oft getragen. Also ich würde sagen in der Woche so ein, zwei Mal. Aber tatsächlich habe ich es nicht konsequent durchgezogen, die jeden Abend anzuziehen. Ich gucke ja dann auch jetzt nicht jeden Abend Fernsehen oder so lange Fernsehen, sodass ich das auch nicht immer brauche. Aber im Prinzip hatte ich sie jetzt auch nicht jeden Tag an, aber trotzdem hat Whoop schon ein paar Daten, um das herauszufinden. Und ich vermute einfach, dass ich diese Brille immer dann auf hatte, wenn wir besonders lange Fernsehen geschaut haben oder besonders spät Fernsehen geschaut haben. Sodass am Ende der Effekt auftritt, dass mein Recovery Score schlecht ist, weil ich aber diese Brille dann getragen habe, wenn ich eh schon etwas Schlechtes gemacht habe. Aber das ist auch meiner Meinung nach immer dieses Problem, wenn ich zum Beispiel Alkoholtrinken eingebe. Ich sitze vielleicht dreimal im Jahr zu Hause und trinke Alkohol allein. Also zu Hause Alkohol. Und ich trinke dann Alkohol, wenn ich unterwegs bin und dann halt die ganze Nacht unterwegs bin oder lange unterwegs bin. Dann ist natürlich mein Recovery Score schlechter, aber natürlich auch deswegen, weil ich einfach lange unterwegs war. Und hier glaube ich einfach, dass da ein negativer Effekt gemessen wurde. Von daher kann ich hier tatsächlich noch gar nicht so viel sagen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass der Effekt jetzt nicht super stark ist, aber dass der Effekt vorhanden ist. Also das muss jeder für sich am Ende selber herausfinden, wie stark der Effekt ist. Vielleicht kann man ja auch erstmal dann mit einer günstigeren von Amazon testen und dann sagen, man kauft sich die von Whoop. Was ich aber tatsächlich sagen kann, also die Qualität ist an sich wirklich sehr gut. Also mein Fazit ist, dass ich die Qualität hochwertig finde. Ich finde auch, dass die Farbe noch in Ordnung ist. Also wenn die jetzt so extrem orange wäre, dann würde mir das nicht so gut gefallen. Ich finde das Case wirklich mega. Also das Case ist schon fast das Highlight. Auch optisch gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut. Das passt irgendwie auch extrem nice zum Whoop Design. Also das gefällt mir wirklich noch fast besser als die Brille. Aber ich kann halt nicht sagen, wie gut andere, billigere Brillen im Vergleich sind. Also es ist mir... Natürlich könnte ich die jetzt kaufen und anprobieren. Aber ich wüsste nicht, ob es jetzt wissenschaftlichen Unterschied macht, die eine oder die andere zu kaufen. Hat Whoop hier irgendwas erfunden, was andere für... Ja, was dafür sorgt, dass Whoop hier den 3- bis 4-fachen Preis nimmt, das weiß ich nicht. Und ich finde es einfach ein bisschen schade, dass die Brille bei mir persönlich so locker sitzt und dass es keine Möglichkeit gibt, hier eine Stärke reinzumachen. Von daher würde ich sagen, mein Fazit ist ein bisschen unentschieden. Wenn sie wahrscheinlich so 40 Euro kosten würde, würde ich wahrscheinlich ein viel, viel positiveres Feedback geben. Aber so gibt es hier einige Stärken und einige Schwächen. Und ich glaube an dem Gerät oder Gerät ist das falsche Wort, aber an dem Zubehör, an dem Gadget kann tatsächlich Whoop noch ein bisschen etwas verbessern, vor allem zu diesem Preis. Also ... Und jetzt ... Untertitelung des ZDF, 2020